herzlich willkommen zu meiner folge hier in thüringen wir sind heute bei und ja wir fahren nebenbei paar aufgaben ab düngen und nicht mal abzimmer kurswerk kurse ergänzungen und erweitern autodrive kurse tun und wir dünnen das gefällt der fremden bauern und gleich wieder runter gleich mal einen namen geben hier 38 hast du wetter bestellt hier den regen ja ich hätte eigentlich besseres wetter bestellt ach so eigentlich okay willst du mal abnehmen so punkt 38 38 28 also fällt 28 macht auch meist probleme mit errechnen der kurse cosplay falls es ungünstig geformt ist hier aber es kann schon sein wenn beide jetzt mit kursblech fahren das ist ein höhere belastung da ist ja das kann schon sein du machst holz immer holz abtransporter aber das geld bringt es zu mir das brauche ich eh notwendig ich bin eh ein armer schlucker 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 da muss ich auch holz fahren das ist eine gute einnahmequelle ich habe meinen wald hier hast du noch keine stuppen gefräst hier das ist schlecht der traktor ist der ist nicht tot der ist im einsatz ja auch kein frei ich muss jetzt schauen dass ich mir die bäume verkauft bekriege bäume und dann wo sie schauen dass ich da bisschen was die kühle versorgt kriege jetzt und vor der besorgung und so ja jetzt habe ich zwei felder schon missionen also die acht und die acht dreißig ich habe ein radlager da kann ich dir helfen der steht bei mir beim waldrand weiter meist umfalle komme ich gerade mit einer großen ladung an ich muss ein bisschen holz verkaufen dann geht die leistung wieder besser hier dann habe ich 20 fps 30 20 und den dreh ja hier soll was gebaut werden wo ich links von mir kippelt gerade ja und dann du hast schönes holz ich habe so wenig da musst du bis sie was wählen naja du hast auch was kann man zuerst bei dir fahren besser ne erst bei dir und dann fahrt bei mir ich helfe wie mein konto aufzufüllen so vor sie ich komme bin etwas voll beladen das wird man mit der fuhre wie aus dem bilderbuch nur umfallen darf ich nicht dann wird schlecht aber ich habe ein radlader das ist ein problem so So. Na, du musst beim Stream zum Beispiel beide zugleichen Zeit starten, also auf YouTube musst du starten und auf dem Dings auch. Auf Programm Expo. Ja, genau. Dann geht es. So, ich habe gerade bekommen 34.000, ein Bar drauf. Bin ich fast schon frei, so, mal gucken mal, ob die Mission sein, also Feld Nr. 39 habe ich zu fast der Hälfte, Feld 8, 3 Viertel. Ja. Den kann ich mal Seemachin verkaufen. Gleased. Okay. Seemachin, die verkaufe ich jetzt. Gruppe auch. Die brauche ich nicht. Schau mal in den Spiegel. Ey. Stau. 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 Mein Holz. Und mein Konto bitte, ja. Ja. Ich war gerade beim Verkaufen bei, ne. Ich war ja geistig woanders, beim Händler war ich gewesen. Ich war nämlich die Maschinen, die ich nicht brauche, verkaufe. Der eine Gruppe in den Händler. Die Dämonik weg. Die Seemachin sind zu klein und auch, die machen kein Dünger rein in die Erde. das prinzip ungünstig da mal so für tiefen locker mache ich auch nicht dann auch weg dann hier noch mal ein körper mit acht meter fördert hat und die da sie noch stehen die beine dann muss man schauen diese arbeit das ist traktor nicht schlecht aber hat ein problem ja lassen wir noch ein so ich bin bei 800.000 fast 800.000 fast und dann sagst du bist so warm das ist alles schon welche schulden zurückzahlen habe ich null bei mir sind zeitmächtige einbrüche da 22 fps geht gerade wachstum durch oder so was kann das natürlich sein das könnte sein du machst holz kann auch sein aber hier wird besser oder auch nicht ja aber das ganze holz mal weg ist dann ist das besser bei mir auf der erde liegt nach vorne aufladen ich meine gut die missionen werden ja auch gemacht muss auch berechnet werden obwohl die grafik das ist technik kann man nicht verstehen beladen ende du bist am ende beladen ende wir wieder voll jetzt musst du straße kommen im hell ist ja viel besser zu fahren ich kann die stunden besser vorher sehen und wundern mich warum ich nicht weiterkommen wenn ich irgendwo aufliege ist umgefallen aber jetzt war schon ganz ja weil sie geweckt ist ganz blöde von der straße her so nach links gefällt mir schon so vorsichtig reingefahren aber es gefährlich ja ich komme hinterher und stoße jetzt komme ich und kurve keine hand frei da sind wir da also haben sich ein holz auf den verkehr ziehen damit so wieder besser und wieder 50.000 drauf die ganze arbeit von letzter woche ich wollte die kühe machen mensch die kühe immer zum hof fahren und die kühe war zumindest ein wasser geben muss ich vor der wüsste noch haben aber selber gucken und da kann ich gleich mal die gülle verkauft man die bgh ja t34 ne 234 durch den reichen da gehen wir gleich hin entlassen da ist ein baum der im weg steht kurse anzeigen aber ich fand ich vor und meinte mit dem kurs in der letzten folge dass es da probleme gibt muss ich den kurs annehmen wo er gerade hin wird am ersten kurs und günstig aktuellen wegpunkt nächstes passenden wegpunkt nehmen wir jetzt und dann machen wir hier vorne weiter wir haben noch ein bisschen drinnen dürfte auch noch reichen was macht die mission ne jetzt hin 92% gehen wir mal kurz in die karte rein ob das aber acht kaufen und nicht dass das kartoffeln drin verdiene nix gedüngt ach ja okay dann machen gleich selber ist ja nur noch ein rest müsste hier irgendwo sein müsste hier irgendwo sein bei missionen und gewisser anteil notwendig und der rest geht näher als fertig gemacht das sind spezialkartoffeln das sind fest kochen mehlig und mit salatkartoffeln spezialzüchtung hast du schon das programm installiert bekommen von den surfer das läuft schon ja ach so dann ist gut ich hab mal nicht angemacht ich musste vorher starten ja genau dann kannst du ja ja du kannst das gebäude bauen so oder so aber in der handel treiben muss das programm laufen ne ja aktuell haben wir ja aktuell haben wir ja keine höchste können holz verkaufen und weiß auch nicht genau ob da es darf verkauft das weiß ich nicht aktuell normalerweise alles was standardmäßig ist christoph verkauft aber stand dann folgt er ist da verkauft auch ein prozent junge macht doch keinen scheiß ein prozent habe ich auch nicht da noch ich meine mission dann bin ich fertig 97 prozent ist die mission abgeschlossen und ja jetzt mittlerweile 0 prozent Dünger oh kann ich noch mal tanken tanken oh ich bin fertig dann fahren wir heute noch ein bisschen nach tanken ja ich muss mal ganz kurz meine kühle angucken beziehungsweise wo der lkw ist ich war unterwegs ich hab der kollege kommt und fahrende und stehe mit der straße fast oder er rammt mich und fall um dann können wir gleich die kühle putzen das muss ja auch sein mal schauen ob wir die kühle wegfahren gleich dann kriegen wir heute nacht in der bgh ein bisschen Geld ja genau um das braune gold muss mich auch noch kümmern heute ja das wohlriechende parfüm das wohlriechende gold das ist immer eine geschmackssache ne für den einen ist das ideal ne und dann nächst dann oooooh hast du einen fahren lassen na landluft ist schon angenehm jo so gleich kühe geben wasser geben ne so das wollen wir gleich hier geben muss ich mich hier aufdrehen so jetzt gehen die kühle rechts wasser ich hab mich beide wasserhähne vertauscht jetzt kommt hier ein bisschen verzögert an aber es kommt an na komm junge wasser kommt kühe haben durst ja da ist da was er kommt wasser läuft so und wird man gleich ja den futteranhänger ähm an ankoppeln und gleich füttern die kühle tiere nächste feld ist fertig man da geht ja ein schlag auf anderen 39 muss ich mich gleich beenden bevor er noch mehr düngt das kostet ja unnötig Geld aber die kühe immer wichtiger die kühe und dann können wir mission immer noch machen so jetzt kratzt für schwarz die die millionen aber ich habe auch noch schulden so aber gut das kriegen wir auch noch einen griff denk mal hier paar missionen kommen noch paar gute felder sicherlich so haben wir nichts da zu verkaufen das ist sehr eng hier ja mal putzen hier vorne dann können wir gleich ein bisschen zum glück ist unsere silage schön als miss gedacht als 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 teig von kühe so das soll sind für heute gewissen sein ich sag mal schön dank fürs reinschauen dann sei mal tschüss und winke winke tschau tschüss 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 Vielen Dank.